Ein elektrischer Milchaufschäumer ist ein Küchengerät, das verwendet wird, um Milch auf einfache und effiziente Weise aufzuschäumen. Dieses Gerät ermöglicht es, cremigen und luftigen Milchschaum für Kaffee, Cappuccino, Latte und andere Getränke zuzubereiten. Elektrische Milchaufschäumer sind wichtig, da sie den Prozess des Aufschäumens von Milch erheblich vereinfachen und beschleunigen, im Vergleich zum manuellen Aufschäumen. Sie bieten eine gleichmäßige Textur und Temperatur des Milchschaums, was zu einem verbesserten Geschmackserlebnis beiträgt und es den Benutzern ermöglicht, professionell aussehende Kaffeegetränke bequem von zu Hause aus zuzubereiten. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten elektrischen Milchaufschäumer. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Bornove 4 in 1 Milchaufschäumer. Dieser elektrische Milchaufschäumer verfügt über eine einfache Taste und vier Einstellungen, mit denen Sie schnell kalten Schaum, leichten warmen Schaum, dicken warmen Schaum und heiße Milch herstellen können. Der Besitz eines Bornove Milchaufschäumers ist vergleichbar mit dem Besitz von vier verschiedenen Maschinen, um ihren vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Er ist mit einem 600 Watt Motor ausgestattet, der innerhalb von 1,5 Minuten glatten kalten Milchschaum erzeugen kann, innerhalb von zwei Minuten feinen heißen Milchschaum bereitet und die Milch in zwei bis drei Minuten auf 65 plus minus 5 Grad Celsius erhitzen kann. Dieser Milchaufschäumer kann bis zu 160 ml 5,6 OZ-Milch aufschäumen oder bis zu 350 ml 12,3 OZ-Milch oder Schokolade erhitzen. Damit können mehrere Tassen Kaffeegetränke gleichzeitig zubereitet werden, was ihn ideal für Familien und Partys macht. Der elektrische Milchaufschäumer besteht aus lebensmittelechtem Edelstahl und sämtliche Zubehörteile sind frei von BPA, sodass die Getränke sicher und gesund genießbar sind. Der Innenraum ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen und verfügt über einen abnehmbaren Schneebesen, was die Reinigung erleichtert. Hier ist der Punkt Nummer 4, Jiswischmilchaufschäumer. Für einen cremigen Cappuccino oder einen köstlichen Latte Machiato ist perfekt geschäumte, heiße Milch unerlässlich. Doch heutzutage erfreuen sich viele weitere Variationen von Milchschaumgenüssen zunehmender Beliebtheit darunter auch verschiedene heiße Getränke wie heiße Schokolade sowie kühle Drinks wie Frappes oder Cocktails. Genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk wie Cappuccino, Latte Machiato, Kaffee-Latte oder heiße Schokolade in vollen Zügen. Mithilfe des automatischen Milchaufschäumers können Sie innerhalb weniger Minuten einen samtigen, cremigen und feinporigen Milchschaum kreieren. Gießen Sie stets die passende Menge ein, um den perfekten Schaum zu erzeugen. Wir empfehlen, sich an die Markierungen zu halten, um eine optimale Schaumbildung sicherzustellen und ein Verschütten zu vermeiden. Dank der extra sicheren doppelwandigen Konstruktion sowie der antihaftbeschichteten Innenfläche gestaltet sich die Reinigung des Aufschäumers äußerst einfach. Die großzügige Öffnung ermöglicht einen bequemen Zugang zum nahtlosen Edelstahl in den Raum, um Rückstände mühelos zu entfernen. Der präzise Temperaturregler sorgt dafür, dass die Milch weder anbrennt noch überhitzt. Der Milchaufschäumer schaltet sich automatisch ab, sobald die Temperatur den eingestellten Wert von 140 Grad Fahrenheit erreicht, welcher sich optimal für die Zubereitung perfekter Capuccinus und Milchkaffees eignet. Der Punkt Nummer 3 – Chibo elektrischer Milchaufschäumer Um die idealen Proportionen für den perfekten Kaffee zu erzielen, finden Sie eine Füllmengenmarkierung auf der Innenseite des elektrischen Milchaufschäumers. Zwei Rühreinsätze werden eingesetzt, um eine optimale Milchschaumkonsistenz zu erreichen. Der elektrische Milchaufschäumer von Chibo ermöglicht es, sowohl kalten als auch warmen Milchschaum zuzubereiten. Für stabilen Halt während der Zubereitung des Milchschaums ist der Induktionsmilchaufschäumer von Chibo mit rutschhemmenden Silikonfüssen ausgestattet. Ein transparenter Deckel wurde in den Induktionsmilchaufschäumer von Chibo integriert, um die Konsistenz des Milchschaums im Auge zu behalten. Genießen Sie Ihre Lieblingskaffeespezialitäten unkompliziert auch zu Hause. Mit diesem Milchaufschäumer können Sie eine Vielzahl von Milchschaum-Spezialitäten zubereiten, einschließlich der Verwendung von Milchalternativen wie Soja- oder Mandelmilch. Ein einfacher, platzsparender elektrischer Milchaufschäumer, der in wenigen Sekunden cremigen Milchschaum, ob warm oder kalt, erzeugt. Nummer 2 in unserer Liste – Bonnove Milchaufschäumer Der Milchaufschäumer besitzt eine größere Kapazität im Vergleich zu den meisten anderen Aufschäumern und kann bis zu 115 ml Milch aufschäumen. Zudem erwärmt er Milch ohne Schaum auf bis zu 240 ml. Damit Sie stets die optimale Menge Milch für den perfekten Schaum erhalten. Unser Aufschäumer zaubert in kürzester Zeit einen dichten und cremigen Schaum, der Ihrem Morgenkaffee eine professionelle Note verleiht. Keine Eile mehr zum Kaffee an hektischen Arbeitstagen genießen Sie diesen Genuss einfach von zu Hause aus. Der Milchschäumer ist mit Einknopfbedienung ausgestattet, die verschiedene Funktionen ermöglicht. Einmaliges Berühren für das Aufschäumen von heißer Milch, zweimaliges Berühren zum Erhitzen von Milch oder heißer Schokoladenmilch und dreimaliges Berühren für kaltes Milchaufschäumen. Dank der doppelwandigen Lebensmittelqualität ist dieser Milchaufschäumer besonders langlebig für den langfristigen Gebrauch und die Antihaftbeschichtung erleichtert die Reinigung enorm. Einfach mit Wasser abspülen und mit einem trockenen Tuch abwischen. Die Nummer 1 in unserer Liste WMF Stelio Milchaufschäumer Ob you are drinking a hot Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Kakao, Schokolade or enjoying an ice cold frappe, Cocktails, Eiskaffee und dessert zwischen 500 Watt strong Milchaufschäumer haust in elegant Chrom-Argan, you can achieve perfect Milchschäume easily and quickly. Three preset programs for warm, cold and hot Milchschäume, the LED illuminated button with one-touch Funktion, as well as the automatic shut-off, make frothing a bretze. Three preset programs open up a multitude of possibilities, hot Milchschäume for Cappuccino, cold Milchschäume for Frappe or simply hot milk for hot Schokolade. A milk frother set probit is the right amount for every occasion, from your morning cup to coffee gatherings. The milk frother holds 150 ml of Milchschaum and 250 ml of hot milk. The steering arm is attachet magnetically, marking IT easy to remove and clean. Additionally, the non-stick coating ensures even easier and faster cleaning. Made from robust and elegant Chrom-Argan, steinless steel rust-free 18-10 combines exceptional durability with a noble appearance. In the intelligent base of the devices base, you can neatly roll up the power cable. The service base and prevents the power cable from tangling. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten elektrischen Milchaufschäumer unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.